Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Scribio mit den üblichen Verdächtigen, Basti, Henke, Sohla. Warte mal ganz kurz, warum haben wir zum Fick 2 Henke in der Runde? Ich weiß nicht. Warte, ich mach mal einen Blick. Okay, warte, fuck. Okay, lass uns anfangen. Das ist übrigens meine Medusa von Henkes Aufnahme hier im Hintergrund. Oh Gott, vier Buchstaben ist immer schwierig. Komm! Ja, gut, das war aber solid. Oh, Diggy. Wann bin ich jetzt schon wieder... Ganz sicher nett, aber Digga... Alter, du bist doch Jumbo Schreiner da. Hier, Junge. Das ist hier... Junge, holy shit. Wenn dein Arm einfach so dick ist wie deiner Hand, Junge. Digga, aber ich hätt's mehr Apreciated, hättest du einfach das Auto gemalt, bin ich ganz ehrlich. Richtige Prügelfoten, Alter. Nächstes Mal malst du bitte das Auto, danke. Ach so. Nein, oh mein Gott! Ich geh auf Effizienz! Oh mein Gott, Digga. Ich war noch mit Nike-Logo drauf. Das war doch oft, wo heute Nike's Colabo, oder? Richtig, richtig, Alter. Nike Xola 800 Euro Retail-Store. Xola alleine. Gibt noch eine Edition! So, Basti, dann machen wir was Schönes für uns. Was ist denn eigentlich das Beste für jemanden, der malt, um die meisten Punkte aus seiner eigenen Runde rauszukriegen? Wirklich? Wirklich? Da kriegt ihr der erste trotzdem doppelt so viel. Oh mein Gott. Deutschrap. Adi etz. So Jungs, jetzt pass mal aus. Obwohl das gerade komplett insane gezeigt war. Oh, jetzt kommt wieder das. Unfaires Spiel einfach. Als ob. Hä? Ja, ist ja auch überschwer. Ist überschwer. Oh mein Gott. Blinder. 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 Alter. Das war der geilste Pirat ever. Oh, das ist geil. Die letzten 10 Mal hat Kevin jedes Mal einfach ein rundes Gesicht mit einem Pfeil in seine Fresse gemacht. Hä? Äh. Au. Ne, was? Ich dachte, das ist Lapras. Warte mal. Moin. Oh, ich dachte, das ist ein Dinosaurier. Diggi, ich raff's nicht. Warte mal. Wie war's? Warte, ich mach noch einen kleinen Hinweis. Ich reif's nicht, Jungs. Oh mein Gott. Oh, Brudi. Nessie? Ich hab legit noch nie in meinem Leben jemanden gehört, der es Nessie genannt hat. Noch nie. Du hast auch einen kleinen Penis. Aha. Hä? So. Ne, als ob. Äh. Warte mal, Ken. Warte mal. Lecker. Ich hab gerade gehört. Ich hab gerade gehört. Komm, darauf kann man kommen. Hä? Ne, ich raff's nicht. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber... Ich find's echt schon gut. Nee. Nein. Oh mein... Nee. Das waren die hellensten Walnüsse, die ich in meinem Leben wieder gesehen habe. Ey, dein Moral isst der hellenstige Walnuss, Mann! Ganz ehrlich, nimm doch mal ein Beispiel an meinen Tieren. Hättest du Walnuss gehabt, hättest du ein Gesicht gemalt und jemand, der eine Walnuss isst wahrscheinlich. Verwurlig. Digga, Ken, deine Tiere sehen aus wie schon mal gegessen, Alter. Das sind alles Wunder, wie die aussehen. Nacken küssen. Ins Ohr. Äh. 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 Oh mein Gott, ja! Was?! Es ist gar nicht mal so falsch, Alter. Was?! Oh mein Gott! Bro, als ob es flüstern war. Okay, Jungs, Jungs. Ist es okay, wenn ich hier ausnahmsweise was male? Äh, schreibe mal. Ausnahmsmaile! Nicht gute Idee. Ich dachte, du wolltest schreiben. Ja, mach ich danach vielleicht noch. Er malt jetzt den Buchstaben in 3D. Okay. Vielleicht kommt ihr so schon drauf. Hä? Nee, warte. Okay, also jetzt ist doch nicht scheiße drauf. Es soll fröhlich sein, okay? Er ist extrem glücklich, Alter. Diese Haare. Übelst gut gelaunt, Alter. Okay. Amo. Wahrscheinlich. Komm, Jungs. Damit müssen wir drauf kommen. Prime. Komm. Jungs, es ist doch obvious. Mates, danke! Ja, ich sag mal, ich finde Prime hat da jetzt nicht geholfen. Hä? Übel! Nee, Mann. Na doch, was garantiert denn Prime? Auf Amazon. 5 Euro im Nacken, oder? Nein, nein. Jawoll, komm! Jungs, komm schon! Jungs! Was? Komm schon! Wollen wir mal kurz erwähnen, dass mir die... Der Strich ist sehr viel die Kragen gezeichnet, also... Ja. Das sieht wirklich exzellent aus. Das sieht mir aus wie dieses Spiel, wo man seinen Finger so reinmachen muss und immer so einen Zahn unterdrückt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Mann, ja, Mann. Ist doch ein Baulocker, oder? Und am Ende machst du das so schnapp und deine Hand ist ab. Krokodok! Ja, ja, genau so hieß das, Digga. Also irgendwas mit... Siehst du das dein Ernst gerade? Ja, Zahn erzähl ich auch. Irgendwas mit Z, Alter! Ja, das muss ja Zahn sein. Ja, alles andere würde mich leicht verlieren. Ach, oh mein Gott, Brudi! Hä? Äh, mega gut gemalt. Hätte man dich besser malen können. Real Talk. Hä? Ne, das ist schwach. Scheiße. Äh, Maul! Mach's ja! Oh, jetzt versteh ich's, ja. Der hat die Zahnseide um seinen Penis gewickelt. Oh, im Mund! Ja, und die Zahnseide. Ja, und die Zahnseide. Die sind wirklich aus diesem Titel, Alter. Ich mach mir doch nicht so ein Seil zwischen die Zähne. Okay, jetzt machen wir mal Speed zeichnen hier, Speed zeichnen. So ein Seil, Alter. Brief dachte ich halt, aber... Ja, das haben wir schon geschrieben, ja. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich's noch machen soll. Mhh... Eine E-Post. Abschreiben! Mhh... Jawoll! Ich lass mal so stehen. Hä? Oder warte, ich hab noch ne Idee, ich hab noch ne Idee. Oh mein Gott! Dicker! Hahaha! Sind das Nike Off-White und Nike Off-White Fakes? Hahaha! Basti ist ein guter Guess. Steuerung V. Ja, aber... Passt der nicht hin? Ja doch, Substantiv, Einzahl. Mann! Ehh... Was? Heute? Heute ist aber ein Täuschen tot. Oni-Chan! Hahaha! Äh... Das ist doch ne Affe, oder? Der Ohrstäbchen drin hat. Oh, das ist actually insane gezeichnet. Ja! Hä? Wie heißen die Dinger denn? Die heißen doch Ohrstäbchen, oder? Nein. Digga, ich komm nicht drauf. Ohr... Nicht Ohr, Digga. Der, hör auf an Ohr zu denken. Was ist da vorne dran, Mann? Was ist das Weiße? Oh... mein... fucking... Gott! Wat ist Stäbchen? Die Dinger heißen nur Ohrstäbchen. Okay, Jungs, Jungs, Jungs. Ganz kurz, ich mach das jetzt Baba. Okay, es geht nur um Schnelligkeit. Oh... Alter... Das ist er doch. Hahaha! Hauptsache, beide. Du einfach. Okay, okay, okay. Das ist ja übereinfach. Speed-Zeichnen, meinte er, ne? Warte, 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 warte. Bitte was? Bitte was? Diese ganzen kryptischen Zeichnungen... Versteht man das nicht? Versteht man das nicht? Ja... Ist, weil hier jemand ist? Ah! Oh mein Gott! Das war schon richtig low eigentlich. Es war ja wohl mega gut gezeichnet, Jungs. Jetzt habt euch mal nicht low. Das war wirklich das Liegelste der Gefühle. Aber es war echt okay. Dinger, vier Buchstabenwörter. Ich hasse sie wie die Pest. Ja, ist wirklich so. Ist einfach nur Spam. Man tryhardet einfach nur so richtig dann... Warte, ich versuch's nicht zu einfach zu machen. Äh... Ja, wahrscheinlich Finn, oder? Ja. Sehr geil, du bist unaufhappet mit der Flagge, ne? Was ist das? Schweden? Ja. Du hast halt eingeschrieben. Oh mein Gott! Oh shit, das wird jetzt hart. Ich finde, Menschenzeichen ist immer ganz kritisch bei mir. Ach du Scheiße. Hä, mit zwei Buchstaben dann am Ende? Oh shit. Äh... Warte, warte, warte. Wie grad bist du am Zittern beim Malen? Oh die shit. Der ist nervös. Hahaha. Warte mal, ist das so ein Teleskop oder so? Ne, warte. Soll er sauer sein? Ist doch Gringo. Ne, gebrochene Zigarette? Aaaaaaah! Äh... Oh mein Gott! Alter, ist aber eigentlich nicht gut gemalt. Oh man... Alter! 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 Oh mein Gott! Ne! Schreib mal das mit Doppel-U? Nein! Mit G hinten, Bruder! Kung-Fu! Aber über mich lachen, Digga! Hahaha! Hahaha! Ach was, ich küsse deine Eichel! Was ist das für eine P-S-Nase? Ist doch L und Tricks! Hahaha! Sieht auch aus wie aus diesem einen Comic. Ähm... Ja! Jubel! Bitte was? Bitte was? Ach oh mein Gott, Digi! Hä? Oh! Schön voll gekackt, Alter! Richtig voll gesifft, das Ding! Richtig schön zugearbeitet! Man hängt hier schon wieder erst, kann doch nicht sein hier! Digga, ich weiß nicht mehr, was das Wort hier ist! Mach einfach trotzdem! Ja! Ich hatte auch gerade, ich hatte Efeu! Wie hätte ich denn das zeichnen sollen, dass ich es erkennt? Kennst du das Wort jetzt, oder? Ja, ja, das kenne ich! Halber Roman! Ist aber Action-Digut! Alter, ist ja wohl krank gemalt! Ja, Action-Dig! Ist ja krank gemalt gewesen! Soll das ein Bart sein? Ja, oder so ein Stethoskop vom Bart! Digga, ich halte es nicht! Ist das ein Rapper? Ich werde noch einiges sein! Kette, die so um die... Ähm... Ähm... Oh! Gut gemalt! Jetzt noch schnell schreiten könntest! Wirklich gut gemalt, Henke! Krass! Hier Leute, schnauze jetzt wieder Speed-Zeichning hier, ja? Nein! Geiste! Nee, ähm... Hier... Wie heißt es? Ähm... Ich hab nicht... Paul! Frage, Paul! Achso! Oh mein Gott! Wie viele Arme hat der Bruder? What the fuck? Einige! Bote in Fukushima oder was, Alter? Holy shit! Basti, GAG is choosing a word! DHG! Für was steht GAG? Gönnen? Nur für Gönnen einfach! Gönnen... Geld... Geld... Und Geld! Und... Basti, Gönnen, Helfen und Geld, Alter! Was? Basti, bist du noch da? Ja, das ist ein Wort! Ich hab grad vom Tisch gefallen! Das ist ein Wort! Das ist das Wort! Und darauf müsst ihr kommen und dann müsst ihr das beachten! Oh, ne! Also, ähm... Also, ihr müsst halt an sich... Ihr müsst... Okay, okay, ich hab zwar kein... What? Wait, what? Ihr müsst halt... Wenn ihr das Wort habt, müsst ihr das machen! Aber ihr habt dann nicht mal das Wort! Also, das Wort... Wait, what? Bro! Das Wort... Egal, ja, ich hab's absolut reingestellt! Und das Wort... Bro! Hä? Was? What the fuck, Alter! Nee! Oh mein fucking... Schreibfehler! Schreibfehler! Digga! Nee! Und das HL müsst ihr halt von Schreibfehler... Oh mein! Das ist doch viel zu hoch für uns, Alter! Ja, gut! Ich hab's auch gemerkt! Also, wärst du jetzt in nem... Keine Ahnung... Studiengang... Scribblio... Abschlussprüfungen... Hätte man's erraten können, aber... Basti, das war so abstrakt, Digga! Das war halt... Es war eigentlich so scheiße... Ich glaub, dass es wieder gut war! Achso, Jungs, ich schreib's mal dazu, ne? Hör, nehm... Schau... Damit ihr Bescheid wisst! Danke dir! Was ist ein Wer? Nee, ist bloß kein Rechtschreib... Eine Tu-Sache... Ein Tu-Wort! Ein Wie-Wort? Heere! Actually gut gemacht! Ja... Aber du hättest... Du hättest dich dran schreiben, wenn du das nicht erratest! Naja, ich dachte, weißt du... Ich glaube, ich hätt's nicht erraten, wenn er das nicht beschrieben hätte... Weil jemand irgendwie Hypnose geschrieben hatte... Boah, Mann, Henke! Basti wieder aufgelenkt! Bald hab ich dich! Bald hab ich dich! Krass so scheiße mache, ja? Niemals! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wenn's der Fall ist, lasst einen Daumen nach oben da! Check die anderen aus! Alle unten verlinkt, wenn ich's nicht wieder vergesse! Und dann sehen wir uns die Tage bei einem neuen Video! Mach's gut und... Swag!